und die zweite mit 40 Teilen, da ich 40 Abonnenten habe, soll ich den 40 Teil machen. Ich habe jetzt hier erstmal begonnen mit dem Birkenholz, den wir am abbauen. Ich muss hier noch die vorher letzten Birkenholz und die Birken-Setzlinge kommen hier rein. Die Fichten sind auch stark reicher als die Birken. Die liegen auch schon tonnenweißer Setzlinge rum. Die kommen jetzt mal hier rein. Es ist nachts geworden, aber ich bin mit einer guten Eisenrichtung ausgerichtet. Ich glaube, es wird mir jetzt nicht so viel passieren. Da steht noch die Pyramide. Die Birken-Setzlinge sind schon geplant. Jetzt sind wir noch weitere Birken-Setzlinge rausgekommen. Die nehmen natürlich noch alle mit. Hier dann rein. Die sind nach den Slime gespawnt. Wo sind denn hier viele Holzblöcke? Ah, ich hätte mal die Notfalls da platziert, weil ich mal ein volles Inventar hatte. Das ist ein Zombie. Das ist eine Skelette, das ist ein Schaf. Aber es ist, wer nicht die Schleimreize, da ist doch die Schleimreize der Nacht, das ist dann Vollmond. Das heißt, das ist die Schleimreize der Nacht. Weil Vollmond-Spawn sind besonders viele Slimes. Also hier ist ein dumpfiges Gebiet. Dumpfiges Gebiet. Dumpfiges Gebiet. Ich hoffe, ob ich wieder Slimes spawnen. Eine Slime hier. Move. Alle Kühe sind gewachsen. Alle mit Flüßen erwachsen. weizen holen hier habe ich 64 Stück Weizen so wie dieses Braten 64 Stück Weizen habe ich hier und ein bisschen Schleime gespawnt eigentlich sollten in der Zwäche bei Vollmond spawnen noch sehe ich hier keinen Slime also muss ich die beiden Kühlig getötet haben nachzichten wo beide nachzichten ich sag jetzt muss ich die beiden wieder nachzichten wenn du wieder nachzichten immer 6 Würde oder nicht und ich habe ja auch normal gestellt also warum da immer so wenig Mund passt spawnt in der Dunkelheit weiß ich auch nicht vielleicht kann man mit dem Spielfeld auch dann die Spawnrate definieren das bei Eevee weniger spawnt und bei Harp viel spawnt da sollte auch nochmal eine Fackel hin die nicht spawnen kann die nicht spawnen kann soll ja am besten eine Spawn Monster Spawn Freie Zone sein hier bin ich jetzt klar hier bin ich jetzt klar also ich mach das mit dem Let's Play jetzt so wenn mich einer abonniert dann also pro Abonnierer also abonniere dann mach ich immer einen Let's Play Teil ich hab mich der Zombie nicht verfolgt wenn ich verfolgen mich Zombies bei Zombies bei Zombies ist relativ wenig Wirkenholz ist da noch drin wir warten auf was das ganze Teil ist Fichtenholz hier Wirkenholz nur Slimes sehe ich doch keine ein kleines Slimes weiter doch mal hier Slimes die Nacht ist auch schon vorbei 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 lohnt sich das kaum noch eins zu schlafen zu gehen so so schlafen gehe ich in dieser Nacht nicht mehr aber das Weizen ist noch zu wenig fertig und es lohnt sich noch nicht diese abzuernten die Slimes muss ich keine ganz viele Schafe dort die Tintenküße sind auch welche da Tintenküße sind auch welche da also ist da ein Jungelbaum gehackt? Nein wir müssen weitere Fackeln holen wir müssen weitere Fackeln holen hier ist es nur also weiteren 12,48 Fackeln in einen Leder brauche ich die nicht aber die ist lederzüchtig um einen einen Zaubertisch zu bekommen jetzt wird es wieder hell aber keine Slimes hier im laufe der Nacht gespawnt mhm mhm jetzt ist Zuckerrohr da hinten jetzt ist aber auch nix hier soll ja nix spawnen ja nicht auf den Sand weil der Sand wird ja nach unten verschoben wenn ich jetzt über den Knopf oder den Hebel unterlegt dann wird das Wasser auch laufen gelassen und jetzt kann ich auch die Melonen erstmal ernten dann kann man immer vorbeigehen und die wachsen automatisch nach und hier die Kürbisse kann man auch abbauen und hier die Kürbisse das Axt ist auch gebraucht wächst automatisch wieder nach und hier noch mehr Kürbisse die hier alles wieder nachwachsen die Kürbisse und Kürbisse und Kürbisse die automatisch nachwachsen lassen und hier ist der Dschungel eigentlich ein Dschungelbaum schon gewachsen ganz klein als heraus geworden und hier ist der Dschungelbaum und hier ist der Dschungelbaum relativ wenig ertragen der Dschungelbaum Das ist Schwarz-Eichenholz. Noch nicht weiter nachgewachsen. Müssen wir das hier alles abbauen und hoffen, dass die Versetzlinge rauskommen. Wir müssen hier nämlich wieder ein Dschungelbüro umgehen, wenn da hier nichts rauskommt. Da ist ja nichts raus hier. Nichts ist rausgekommen, also muss ich dann mein Dschungelbüro umgehen, weil ich dann jetzt schon der Ziel. Aber heute Nacht muss ich ja überspringen können. Die Erde kann nicht wegpacken. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 Erde können weg. Lieber ein Seeds kann hier weg. Die Eimerbrauchung nicht. Die Lohn brauche ich nicht. Kürbisbrauchung nicht. Die beiden Dinger nehme ich mit. Holzbrauch natürlich auch hier. Am besten hier, wenn ich nur noch eine Holzart habe. So muss ich diese verkraften. So muss ich die Werkstatt machen. Ich brauche ein bisschen die Holz. Ich brauche nur 8 Katzen, Holz nehme ich mal mit. 18 Stück. Nein, ich brauche nur mein Bett hier noch. Mein zweites Bett hier. Das ist hier drin. Ich muss nächtig überspringen. Und ab zur nächsten Dschungelwährung. Muss ich wieder weit weg gehen? Nein, ich brauche einen Kornpark. Ich habe wieder was vergessen. Oder soll ich das am nächsten Tag machen? Die kannst du mir in die Kommentare schreiben. Vielleicht so viel Holz. Das finde ich nicht mehr. Oder ich könnte mir noch eine Zuckerrohrfrau anlegen. Ich glaube hier habe ich noch ein bisschen mehr Weg drüber bauen. Oder ich baue eine schöne Brücke drüber. Mit Zaun drumherum. Zack. Mit dem Dschungelholz, dass es ja nichts gedroppt hat. Da mit dem Setting. Da werde ich jetzt wahrscheinlich einer der nächsten Part machen. Aber da ich jetzt 40 Abonnenten habe, darf ich keinen weiteren Partnern dieser machen. Ich würde jetzt erstmal gegen die eine Regel, die ich eben selber gemacht habe. Ein Abonnent. Ein Part. Let's say. Wenn mich einer deabonniert, dann werde ich den Part einfach verlassen. Da muss man einfach zwei eigentlich abonnenten, die man sich wieder machen darf. Ja, ich bin jetzt gleich da angekommen. So, ich bin jetzt gleich da. Muss jetzt wieder runter bauen. Und das natürlich zwei Blockweise. Drei Blockweise bauen. Drei Blockweise bauen. Das ist eine Zäune, das kann ich natürlich noch später aufheben. Wenn wir das jetzt über diesen Teil hier anschauen. Dann würde ich sagen. Ihr sollt entscheiden, welches Texture Pack ich nehmen soll. So, ich bin jetzt hier angekommen. Ich würde da hinten nach die Zuckerrohrfarm bauen. Weil da hinten steht ein Zuckerrohr. Aber ich habe leider nicht eingangs genommen. Das war die sechs Eimer. Wo habe ich die? Wo habe ich die denn? Da sind die nicht drin. Hier sind die sechs Eimer. Aber ich sehe jetzt schon. Das ist jetzt dieser Koppelsee. Der geht ja jetzt hier unten auch rein in die Höhle. Weil da hat ich nämlich meinen ersten Slime drinne gehabt. Das war ja kurz unter der Oberfläche. Dieser eine Fackelständer da vorne. Da hätte ich mal angeblich einen Dungeon vermutet. Die war eigentlich nicht dabei. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eimer voll Wasser. Jetzt hier erstmal. Reißauke hier. 15 Blöcke. 18, so hier schon. So. Und ich brauche die Erde jetzt wieder. Die kann ich gleich freilassen. Ich habe noch eine weitere Schaufel. Das ist jetzt normal. Ich muss jetzt noch eine weite Fläche ausgraben. Die. Das ist jetzt noch eine Weite. Ich bin hier. Ich bin hier. Weil ich es schmackt. Weil ich es schmackt. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. ich werde erst mal sechs stücker machen die erste schaufel aufgebraucht das ist dann auch automatisch ein zuckerrohr ein knopfdruck und man hat zuckerrohr. das ist ja weil getreide ist das so, weil jetzt muss man das immer wieder neu aufpflanzen das heißt es ist eine art halbautomatisch, vollautomatisch kann man das nicht machen, bis es ja automatisch wieder hingepflanzt wird aber hier sieht man das wächst alles ganz gut ich muss dann erstmal gucken wie viele weizen kriege ich da raus, äh ertrag, wie hoch ist der ertrag es geht einfach mal so ein art da ist wasser drin, damit man da runterjumpen kann und der tag geht zu ende da wird auch fast schon der 40. part da wird ja auch schon beinahe zu ende also jetzt, was kann ich jetzt mal machen erstmal, einmal weg das brauche ich auch nicht, das brauche ich auch nicht hier können sechs Dinge packen da eine eigenständige erstmal nacht überspringen nacht überspringen ich hoffe mal dass der fahrt euch gefallen hat gebt euch den daumen nach oben teilt das video und abo hier gibt es noch weitere video bis dann und ciao tschau